Musik Heute stellen wir Ihnen eine Studie vor, die gerade im Circulation Journal veröffentlicht wurde. Es handelt sich um die Langzeitdaten der Studien zum Einsatz von Sauerstoff bei Patienten mit Verdacht auf akuten Myokardinfarkt. Die Detox-Army-Studie, die schon vor längerer Zeit im New England Journal mit den Einjahresdaten veröffentlicht wurde. Primärautor ist Jörnberg. In der Detox-Army Determination of the Role of Oxygen Suspected Acute Myokardinfarkt-Studie wurde eine zusätzliche Sauerstoffgabe im Vergleich zur Raumluft bei normoxämischen Patienten mit Verdacht auf Myokardinfarkt untersucht. Dabei fand sich kein Effekt auf das Überleben nach einem Jahr. Die vorliegende Analyse untersucht den Langzeitverlauf dieser Patienten. Die Determination of the Role of Oxygen Suspected Acute Myokardinfarkt-Studie ist eine ungeblendete, randomisierte und registerbasierte schwedische Multicenter-Studie unter Einsatz des nationalen webbasierten Sweetheart-Systems. Es wurden Patienten mit Verdacht auf Myokardinfarkt ohne Hypoxämie untersucht. Sauerstoffgabe wurde hier mit Raumluft verglichen. Patienten, die sich ambulant vorstellten oder in einer Notaufnahme CCU-Herzkartellabor konnten eingeschlossen werden. Die Randomisierung der Patienten mit Verdacht auf Myokardinfarkt erfolgte 1 zu 1. Die eine Gruppe erhielt Sauerstoff 6 Liter pro Minute für 6 bis 12 Stunden über eine offene Gesichtsmaske. Die zweite keine zusätzliche Sauerstoffzufuhr. Sie atmeten Raumluft. In dieser Langzeitstudie, Langzeitbeobachten werden nun die sekundären Endpunkte analysiert. Die Gesamtsterblichkeit oder Hospitalisierung werden Herzinsuffizienz nach 12 Monaten in der Intention-to-Treat-Population. Weiter sekundäre Endpunkte, Gesamtsterblichkeit, Rehospitalisierung wegen Myokardinfarkt oder Herzinsuffizienz sowie Kombination aller drei Endpunkte werden Langzeit-Follow-up. Im Median 752 Tage, 365 bis 1.357 Tage. Hier die Ergebnisse. Insgesamt 69 Krankheiten gibt es in Schweden mit einer Acute Cardi-Care-Versorgung. Daran der Studie nahm 35 Krankenhäuser teil. Die Studie wurde zwischen April 2013 und 2012 2015 durchgeführt bei 6.629 Patienten. 3.311 erhielten Sauerstoff, 3.318 atmeten Raumluft. Die Medianne Dauer der Sauerstofftherapie 11,64 Stunden. Ende der Handlung SPO2 99% in der Sauerstoffgruppe und 97% in der Raumluftgruppe. Hier nun die Endpunkte ein Jahr. Tod, alle Ursachen, Rehospitalisierung, Herzinsuffizienz 8% in der Sauerstoffgruppe und 7,9% in der Raumluftgruppe. Tod, alle Ursachen, Rehospitalisierung, Herzinfarkt oder MI 11 und 10,5%. Rehospitalisierung wegen Herzinsuffizienz 3,7% Sauerstoff versus 3,4% Raumluft. Und kardiovaskulärer Tod, 3,7% Sauerstoff und 3,5% Raumluft. Hier sehen Sie die Kaplan-Meyer-Kurve. Das Endpunkt ist ein Jahr, Gesamtsterblichkeit, Rehospitalisierung wegen Herzinsuffizienz. Und man erkennt eindeutig keinen Unterschied zwischen beiden Gruppen. Endpunkt im gesamten Follow-up, Median 752 Tage. Tod, alle Ursachen, Rehospitalisierung, Herzinsuffizienz 11,2% versus 10,8%. Tod, alle Ursachen, Rehospitalisierung, Herzinsuffizienz oder Myokardinfarkt 15,6% und 15,5%. Rehospitalisierung wegen Herzinsuffizienz 4,2% und kardiovaskulärer Tod 5,2% und 4,8%. Die Autoren führten eine pragmatische, registerbasierte, randomisierte klinische Studie durch zum Vergleich einer supplementären Sauerstofftherapie mit Raumluft bei Patienten mit Verdacht auf Myokardinfarkt und ohne Hypoxid zum Zeitpunkt der Präsentation. Es zeigte sich kein Benefit der Sauerstofftherapie in Bezug auf die Gesamtsterblichkeit nach einem Jahr und auch alle weiteren klinischen Endpunkte im Langzeitverlauf zeigten kein Unterschied. Anpassung der Leitlinien ist erfolgt. Die in der ISC-Leitlinie 217 zum STEMI wird klar festgelegt, keine Sauerstoffgabe bei stabilen Patienten mit einer Sauerstoffsättigung größer gleich 90%. Weite Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie aktuellen Publikationen in Circulation. Wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020